Die Black Lane GmbH aus Berlin ist Preisträger von drei German Stevie Awards 2018. Der professionelle Fahrdienst gewinnt zwei goldene Stevie Awards, einen als Unternehmen des Jahres für Transport und einen in der Kategorie Technologische Innovation des Jahres für den Black Lane Call Manager. Außerdem gewinnt Black Lane einen Bronze Stevie Award in der Kategorie Corporate Social Responsibility Program des Jahres für sein CO2-Kompensationsprogramm. Heute Abend nimmt die Stevie Awards der Black Lane Geschäftsführer, Herr Jens Wohlerthoff, entgegen. Black Lane ist ein weltweit agierender professioneller Fahrdienst, vertreten an über 500 Flughäfen in über 50 Ländern und 250 Städten. Vielen Dank an die Stevie Awards, an die Jury, an die charmante Moderation heute Abend, und natürlich auch an unsere Millionen von Kunden in der ganzen Welt. All dies wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht hunderte von sehr engagierten Mitarbeitern, tausende von Flughafenkonzierges, zehntausende Chauffeure in der ganzen Welt hätten, die rund um die Uhr alles tun, um einen tollen Transport für unsere Kunden zu ermöglichen. Falls Sie heute noch nicht wissen, wie Sie hier wieder wegkommen, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, sich schnell die Black Lane App herunterzuladen. Vielen Dank. Vielen Dank auch im Namen meiner Eltern.